Eigentlich wollte ich ja ein Feuerchen machen und mich dann wieder gesund wärmen, aber wisst ihr, was mir eingefallen ist? Ich habe mein Feuerzeug nicht hier. Nützt mir alles nichts. Naja, wir sammeln trotzdem ein bisschen Steine und alles. Und somit natürlich ein herzliches Willkommen zurück zu... Ja, wie heisst das Spiel? Ja, genau, Stranded Deep. Ja, das happy herumhüpfende Ding. Ich mache jetzt nichts. Aber Holz, ich will Holz. Ich will Holz. Ja, wir fällen hier mal einfach alles ein bisschen. Wobei ich kann nicht zu viel mitnehmen. Ich kann nicht mehr allzu viel mitnehmen, muss ich auch wieder sagen. Aber ein bisschen abrosen hier. Können wir ja trotzdem... Ich werde die höchste Palme im Dorf, das ist die hier. Bing, ding, ding. Ding, 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 ding. Fällst du wohl mal? So, du kommst jetzt einfach mal mit. Ja, so. Und wir haben ja seit... In dem letzten Part. Mit neuen Kollegen. Und das ist der hier. Watt, was steht da? Ja, das ist der hier. Ja. Ja. Dich, tu jetzt mal. Hey. Bist du wohl? Komm. So. Wolli? Ja, Wilson. Eigentlich heisst sie, ich sei ja Wilson. Wir wissen doch alles, was Wilson ist. Komm. Komm. Schön hier. Ja, leg ich hin. So, ich arbeite hier mal weiter. Du kannst ja machen, was du willst. Ich arbeite hier mal weiter. Ja, weisst du Wolli? Es ist einfach nur so, dass es nicht einfach ist. Wolli, ich sage. Ich meine natürlich Wilson. Es ist einfach nicht einfach hier alleine. Aber man schlägt sich so durch. Das kennst du ja. Genau, so ist es. Man schlägt sich hier so durch. Ich mache da meine Gesundheit. Ja, wieder am Generieren. Ich werde ja im Lesenpark beinahe ersoffen. Ja. Um Glück sind wir wieder heil. Heil, heil. Ach, weisst du, will es in... Eigentlich ist es ein ganz schönes Spiel. Ja, wirklich. Es ist ein schönes Spiel. Ist ja auch. Ja, der hat mir hier. Ach, werde ich auch müde, wenn ich dich so sehe, da liegen. Wenn ich da so liegen sehe, werde ich auch ein bisschen müde. So, Irgendwarten. Das hier. So. Geht's bald? So. Alles mit. Hier auch. Boah, die Krebsis sind aber schon fett hier. Was haben wir denn noch? Ohoho, ich glaube, ich nehme nur noch die Steinis mit. Steinis kann man immer gebrauchen. Ich habe ja keine Engine hier und so, oder? Das habe ich alles im Inventar jetzt. Sind's? Stimmt. Wolli? Ich nehme Wolli auch noch mit. Ich finde ja. Wilson, Entschuldigung. Wilson, natürlich. Klar nehmen wir Wilson auch mit. Aber ganz wichtig, Steine. Steine hier sind das A und Ö. Steinis. Ich habe doch mehr gesehen. Steinis. Ja. Jütütütüt. Engine. Haben wir schon. Haben wir schon eine. Gut. Auch noch ein Steini. Hä? Zu viele Steini schon. Das heisst, also, wir lassen jetzt mal hier. So, soll ich zweimal kommen? Ich komme nochmal zurück. Ich komme nochmal zurück. Den nehmen wir hier kurz mit. So, von wo komme denn? Wo ist unser Stocki? Ja, so. Du kannst uns hier schön... Ah, Mann. Ah. Wilson, wirst du wohl? Wilson. Mach doch nichts zum Theater. Komm, ich weiß, Abschied. Abschied ist in jedem Beispiel. Komm, jetzt. Legt. Legt doch nicht mehr hin. Du wirst mich doch verabschieden. Und ich hoffe, ich gehe auf die fertige Insel zu. Wer heisst es denn? Die? Oder die? Wer heisst denn näher? Die? Ich glaube, die rechts ist näher, oder? Oder die links? Ich glaube, die. Naja. Egal welche. Wir sind ja schnell wieder da. Ich glaube, ich speichere noch gut. Man weiss ja nie, wann der Haifischi kommt. So. Game safe. Das werde ich doch hoffen. Nein, ich gehe doch. Oder? Nein, die ist näher. Die ist näher. Das täuscht. Ich merke es dann schon, wenn. Da. Die Burge kommt. Die Burge kommt. Aha. Ich weiß auch nicht, was hier ist. Tut mir leid. Ich will jetzt wissen, wir haben ja gespeichert. Ich will jetzt. Und nochmal, ich habe ja eine Meldung bekommen, I feel ill, ich denke mal, das heißt, ich fühle mich krank, weiß nicht warum, das Weiche wieder zu flängen angefangen hat, aber jedenfalls kann man das nicht mal anders regeln, scheint nochmal, ok, ich würde natürlich sehr gerne hier immer laufen lassen, aber immer wenn ich das Spiel beende oder laden will, kommt eine Fehlermeldung an, um sich immer frebskuh zu unterbrechen, was versteht ihr doch, oder wir sind ja alle Kumpels, ja, ja, was versteht ihr, so, wir schwimmen, wir schwimmen, ja, es ist ganz sicher unsere Insel, so, man denkt immer, ja, für was braucht es Lampe, für was braucht es Feuerzeug, man will doch die Hände frei haben für Wichtiges, aber manchmal wäre es doch nicht schlecht, ich wäre einfach dann mal froh, wenn wir die Boje sehen würden, hm, man schaltet es denn um, noch nicht, aha, wir sind ja auf dem richtigen Weg, das freut habe ich schon sehr, ja, ja, Boje heißt, du musst nicht heulen, kapiert, heul, Boje, so, hallo, Boje, was macht unsere Gesundheit, oh, sehr gut, wir haben eine Axt für alle Notfälle, auch wenn die Axt eigentlich überhaupt nichts bringt, nein, brauche ich eigentlich schon, in der Regel braucht man schon, nee, Machete, besonders für die Haifische, so, bald, bald, sollte unser geliebtes Durante sein, inneres Lünd, der ganz schräge Mund, scheint auch auf uns herab und der Manni Mund, Manni Mund, Entschuldigung, auf den blöde Morden entwickelt, so zu sprechen, so, het het, 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 de, het, 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 het. Hat wieder nicht schon drei Dinge für unser Motorboot? Glaube ich schon, oder? Also unsere Gesundheit. Immer noch gut. Na gut. Beim ersten Morgentau erreichen wir unsere Insel. Die ist also auch nicht weit weg. Links. So, ist es unsere Insel? Ich glaube schon. Wäre mal was Neues, wenn es nicht unsere wäre. So, dann ist da ein Wrack. Ja, es ist unsere Insel. Es ist doch das bekannte Wrack. Das heißt Schatzi, ich bin zu Hause. So, wir laden hier mal alles ab. Den, 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 den. Schade kann es, wills nicht sehen, aber der bewahrt uns ja die andere innen. Die andere innen. Die auch. Nein, 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 die Steine will ich. Die will ich, die will ich. Haben wir hier keine Stickers mehr? Doch, ganz einen Haufen. Der, 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 den. So, wir haben die Engine. Full Tank, jetzt haben wir sogar zwei Full Tanks. Ach, ich wusste nicht mehr genau was wir haben. Jetzt haben wir zwei. Okay. Und Steine ist. Also gut. Palmfond, Palmfond. Das nächste bauen wir Palmfond. Aber, wir machen uns erstmal eine Hütte. Machen wir uns die Hütte gleich hier? Ich glaube schon, oder? Ja. Äh. Krüte X, Krüte Bär, Krü, Krü, Krüte. Was kann man denn hier so machen? Campfire. Bist du bekloppt? Jemand an ihren Campfire mit dem Zeugs. So, bitte. Was er jetzt will, ist Lashing. Wo haben wir Lashing? Lashing, Lashing. Zwei Steines. Zwei Steines. Was kann man denn machen hier? Firepick. Ich mach jetzt eine, Firepick. Spinst du eigentlich? Jukka, ich will Jukka. Jukka, 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 Jukka. Wo haben wir denn Jukka? Ja. Jukka. Und das machen wir so. Ist das so ein Steini? Nein, das ist kein Steini. Bös. So, so. Jut, jut, jut. Also. Ein Hammer. Hammer. So. Dann dann. Hier noch ein Sticky. Ich mach' einfach alles kaputt. Boah! Haben wir mittlerweile viel. Hey, dicke Makareli. Fischtrap. Hör! Spinst du eigentlich? Krüte, krüte, krüte. Krüte. Hämer. So. Krüte, ex. Wo ist sie aber? Oh, ich hab' den Namen gemacht. Hä? Hä? Da. Du verarschst mich aber auch schön, ne? Foundation. Gut. Die Foundation. Die erste Foundation. Hm. Wo mach' wir die? Machen wir die überhaupt nicht hier? Ja. Schon, oder? Schön hier auf dem Land. Machen wir hier schon mal eine hin. So. Noch eine Foundation. Schön daneben. So. Weißt du was? Ja. Und noch eine. Okay. Schon mal eine erste. Wichtige. Wir haben. So. Machen wir noch ein bisschen raus? Jetzt machen wir's mehr gegen so. Ich glaub' ich mach' wir's mehr gegen so. Wenn's denn überhaupt geht. Alter! Boah! Ich hab' schon ganz viel verbaut jetzt. Meine Herren. Was heißt, wir brauchen jetzt... Eigentlich brauchen wir noch mehr, hm? Und dann kann ich... Ja. Ich komm' hier. Aha! Ich bin der König der Welt! Wird natürlich noch viel mehr, aber ich will die Insel hier noch nicht so abholten. Na gut. Na gut! Ich weiß nicht, wie lange der Part jetzt eigentlich schon wurde. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich will nicht noch auf die andere Insel. Wann macht unser Hunger? Oh! Der hat schon wieder Hunger! Mann! Na gut! Na gut! Na gut! Keine Kokosnuss! Keine Kokosnuss! Alter! Keine! Kokos! Nuss! 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 Die Insel lässt mich im Stich hier! Jetzt wollte ich den Krabbeln haben. Nützt mir aber nichts. Ja, nützt mir schon, aber... Ha! Danke schön! Ich nehme jetzt... Ding! Ding! Ja! Auch Zeit für später kommt da was runter! Doing! 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 Aufnehmen! 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 Fresse! Fresse! Und... Bisschen Weichei! So eine Weichei! So eine Weichei! Irgendeine Weichei bist du! Hat die auch noch! So! 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 Bessei! 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 Durst! Wir haben Durst! Wir haben sowieso eine Durst! Wir haben nichts mehr zu! Trinken! So! 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 Und Schlamassel! Gibt dich hier vielleicht noch was? Nein! Er hat schon wieder Hunger! Man! Nein! Es geht doch nicht! Okay! Ich wollte doch zu anderen Inseln noch über düsen, aber... Hat die vielleicht noch was? Bitte 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 bitte! Ich seh doch was! Ich seh ich seh! Aah! Ooohah! Fang! Geile! Nan! Sag das nicht! Wie geil! Ja was haben wir Frauen? Geil nicht? Hey, wo schwarzen die denn hin? So, weich? Dann bleibst du wohl hier. Oh hier, genehm ich mich jetzt noch. Aber sicher. Die knieb dich. Das meiste! Das letzte Blatt nimmt man schon in Anspruch, wenn man nur hier... ...fressablen... ...fressalien sucht und findet... ...so... ...noms... 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 ...und nochmal... ...so... ...trinken... ...fallen... ...lassen... ...so... 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 ...und mit dem schönen Blick auf die Uhr... ...sag ich... ...ja Baby, wir sollen mal wieder was... ...warmes essen! ...sag ich... ...Leute! Daumen hoch! Würde mich sehr freuen! Abonnieren, wenn ihr noch nicht habt! Und wir sind ganz sicher im nächsten Part! Bis dann! Tschüss! ... ...